Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Neuheiten-Hall. Ich war gestern für mich, für euch, vorgestern oder letzte Woche, ist ja auch völlig egal, bei DM und ich habe wieder bei den Neuheiten zugeschlagen und die möchte ich euch heute zeigen. Wir haben Make-up, wir haben Haushalt, wir haben Pflege vor allen Dingen und wir haben ein bisschen Food und ich dachte mir, wir schauen mal, was DM für den Sommer alles Neues bereitgestellt hat und ich habe hier wirklich echt ein paar spannende Produkte, einige habe ich tatsächlich auch schon getestet, ihr kennt mich, ich kann immer nicht warten, bis ich es irgendwie dann ins Lager gestellt habe und dann nach Wochen die Sachen das erste Mal teste, ich musste das Ganze testen und ich hoffe, ihr habt Lust auf einen neuen DM-Hall. Dieses Mal werde ich es ein bisschen anders machen, ich probiere auf euer Feedback einzugehen, ich blende euch die Produkte ein und ich schreibe euch auch die Preise auf. Das funktioniert bei den Hauls immer ganz gut, wenn es nicht 500 Artikel sind, weil sonst dauert das einfach tagelang, bis das fertig ist und dadurch, dass ich so viele Videos habe, ist es immer ein bisschen schwierig, tagelang an so einem Video zu sitzen. Aber ich habe wirklich echt spannende Produkte hier und habe darauf geachtet, die Produkte, die als neu gekennzeichnet wurden, zu kaufen. Das ist etwas, was bei DM ganz gut funktioniert, finde ich, ist, dass sie wirklich hinschreiben, was auch neu ist, auf das Preisschild. Finde ich gut, finde ich spannend. Ich habe neue Produkte gekauft, let's go! Ein Produkt, was ich nachgekauft habe und was nicht unbedingt neu ist, ist das Niacinamide Serum von Balea. Das verfeinert das Hautbild für einen glatten und ebenmäßigen Tag und das ist parfümfrei. Ich habe davon schon zwei Flaschen aufgebraucht und ich muss sagen, es ist wirklich eines der besten oder für mich sogar aktuell das beste Niacinamide Serum. Es sorgt wirklich dafür, dass die Haut so ein bisschen perfektioniert wird, dass die Poren werden verfeinert und gerade jetzt im Sommer, wenn ihr zu öliger Haut neigt, probiert Niacinamide mal aus. Die Poren werden verfeinert, der Zink trocknet so ein bisschen, ölige Stellen aus. Ich mache danach trotzdem immer nochmal meine Skincare weiter. Aber auch wenn ihr mal einen Pickel habt oder so, Schotte, hier seht ihr vielleicht noch so ein bisschen was. Habe ich eine Unreinheit gehabt. Abends davon dick auftragen ins Bett und am nächsten Tag ist das Ganze nicht mehr ganz so schlimm. Wirklich eines der besten Serien. Das bleibt auch direkt gleich hier oben, weil ich das natürlich nicht mehr hier habe. Lieben wir. Dann musste ein Produkt mit, was ich mich jetzt endlich mal getraut habe zu kaufen, weil ich bin ja doch eine Günstmaus, was auch Sahnpasse angeht. Und ich fand diese Flaschen von Colgate immer total gut. Diese Elixier-Zahncremes. Und angeblich kriegt man da alles raus, weil das so immer nach unten rutscht. Ich habe einmal die Zähne damit geputzt. Das ist die Cool Detox mit Charcoal und Coconut-Extrakt. Das macht nicht schwarz, so wie diese Smile Secret Mist-Zeugs, sondern ist einfach nur gute Zahnpasse. Und die war jetzt reduziert, weil sie in den Ausverkauf gehen. Wahrscheinlich waren sie einfach zu teuer und sie kamen nicht so gut an. Deswegen habe ich gedacht, komm, für 1,90 oder so hat es, glaube ich, jetzt gekostet, nehme ich das Ganze mal mit. First Impression war ganz gut. Ich mochte den Geschmack. Und ist, ja, weiß ich nicht, ich bin halt so ein, ich finde es immer ganz schön, wenn die Sachen gut aussehen im Bad. Und ich pull mir dann hier immer diese Sticker ab. Und ich finde, das sieht dann, schaut mal, wie edel das aussieht. Da denkst du ja nicht, dass das eine Zahnpasta ist. Ich habe mir übrigens auch fürs Haus ein paar Sachen überlegt, wie ich den Hauswirtschaftsraum oder so gestalten möchte. Also abonniert unbedingt diesen Kanal und den Kanal von Danny. Da seht ihr dann den ganzen Umzug. Es geht jetzt wirklich literally in den nächsten Wochen los. Ich denke mal, in zwei, drei Wochen sind wir drin. Und das ist schneller als gedacht. Okay, Zahnpasta habe ich mitgenommen. Finde ich spannend. Bin ich gespannt, wie es funktioniert. Und dann musste von Babylove ab dem fünften Monat 100% Bio-Saft-Karotte ohne Zuckerzusatz. Aktuell ist ja der Karottensaft-Type extrem ausgebrochen. Ich muss sagen, früher fand ich das immer scheußlich. Aber den, eiskalt. Aus dem Kühlschrank, morgens ein Glas. Richtig, richtig gut. Vitamin C ist mit drin. Vitamin A ist mit drin. Angeblich wird man davon ein bisschen brauner. Ich erinnere mich, dass ich das als Kind, glaube ich mal, extrem gerne getrunken habe. Und irgendwann meine Mutter dann aufhören, musste mir Karottensaft zu geben, weil ich richtig, richtig orange war. Aber so ab und zu ein bisschen ist vielleicht gar nicht schlecht. Einfach, weil es auch gesund ist. Und das ist halt ohne Zuckerzusatz und mit ein bisschen Pflege. Tatsächlich ist das wirklich der günstigste Karottensaft, den ich gefunden habe. Bei Revo oder so kostet das 4 Euro. Und bei DM in der Glasflasche wohlgemerkt wesentlich weniger. Bin ich gespannt. Hier ist eine Menge Neues. Einmal dieses Aloe Vera Gel und Spray. Und auch so eine komplette Schimmerlinie. Sieht ganz spannend aus. Hier seht ihr, ich habe so ein bisschen im Laden mitgefilmt. Balea hat eine neue Reihe rausgebracht. Ein Bodyspray Aloe Vera. Spendet Feuchtigkeiten, der frischt die Haut. 90% Aloe Vera. Und der Flaschenkörper ist aus 96% recycelten Material. Finde ich erstmal gut. Ist sogar vegan. Uh, das riecht sehr, 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 sehr gut. Gut, ich bin tatsächlich ein großer Freund von Bodysprays im Sommer. Wenn es wirklich, wirklich heiß ist und die Sonne knallt und du kannst ja nicht viermal am Tag duschen gehen. Kannst du machen, aber muss halt nicht sein. Und wenn du dann mit so einem Bodyspray das ein bisschen auf die Beine machst, vor allen Dingen im Auto, dann die Klimaanlage an die Beine. Bestes Gefühl überhaupt. Deswegen einmal hier das Bodyspray. Kann man auch wohl fürs Gesicht benutzen. Würde ich jetzt erstmal nicht, weil ich merke schon, dass das so ein bisschen... Ja, wobei, warum eigentlich nicht? Ich finde, Aloe Vera muss man immer vorsichtig sein. Aloe Vera kann auch ganz schnell nach Aschenbecher riechen. Aber es riecht gut. Es kann nach Aschenbecher riechen. Was für ein spannender Haul. Freunde, es gab aber noch ein anderes Produkt. Und das ist das Body Gel. Auch das probieren wir jetzt gleich mal aus. Das ist 48 Stunden Pflege. Das ist zu 90% auch aus Aloe Vera. Und das ist abends im Sommer tatsächlich ganz schön. Wenn man mal vielleicht doch ein bisschen zu lange in der Sonne war und so ein bisschen Sonnenbrand bekommen hat vielleicht. Freunde, bekommt bitte keinen Sonnenbrand. Aber es kühlt immer sehr schön. Es beruhigt die Haut sehr, sehr gut. Und ich glaube, zum Eingreben ist es gut. Ich bin im Sommer... Also Sommer, Sommer, ne? Nicht so wie jetzt. Jetzt haben wir hier 24 Grad oder so. Das ist noch kein Sommer. Sondern ab 34 Grad, ne? Und du dann das Gefühl hast, du kannst dich nicht bewegen. Und wenn du dich dann eincremen möchtest nach dem Duschen, weil die Haut vielleicht trocken ist oder nach dem Rasieren oder so, dann möchte ich etwas, was nicht nach Winterzauber oder Skipiste oder weiß ich nicht, Hot Chocolate Coffee riecht. Sondern es soll frisch sein. Es soll ein bisschen aquatisch sein. Und ich finde, Düfte machen immer ganz viel aus. Also es gibt ja auch so diesen Trick mit ein bisschen Gurke ins Wasser und dann schmeckt das Ganze ganz anders und man trinkt viel, viel mehr. Deswegen bin ich gespannt. Ich mag die Farbe tatsächlich auch gerne. Auch hier ohne Mikroplastik. Und ja, sieht gut aus. Das habe ich tatsächlich schon benutzt. Da habe ich mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Wobei eigentlich nicht. Von L'Oreal. Innovation Revitalift. Hautbilderneuerndes Waschgel. Peelt ohne Mikroperlen für glatte und strahlende Haut mit 3,5% Glykolsäure. Ich liebe Glykolsäure. Mein ganzes Gesicht besteht eigentlich nur noch aus Glykolsäure, Retinol und Lichtschutzfaktor im Moment. Und ich merke tatsächlich einen Unterschied. Also die Hautoberfläche ist extrem glatt geworden. Es gibt von The Ordinary diese Glykolsäure. Ist aktuell wieder ausverkauft. Keine Ahnung warum. Aber ich dachte mir, wir probieren mal das Waschgel aus. Normalerweise benutze ich ja immer das von Fenty Beauty oder das von Jepoda. Aber das war im Vergleich auch nicht ganz so teuer. Ich glaube 5, 6 Euro ist für ein Waschgel schon echt viel. Aber da ist ja Skincare mit drin. Sofortunreinheiten sind beseitigt. Abgestorbene Hautzellen sind entfernt. Das habe ich tatsächlich heute Morgen auch benutzt und ich habe es sofort gemerkt. Pass auf, dass es nicht in die Augen kommt, weil es ist wie so Menthol, wenn es in die Augen kommt. Es brennt nicht, aber es fühlt sich so kalt an und es fühlt sich falsch an. Haut danach sah aber extremst glatt aus. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil diese Glykolsäure gleich wirklich diese toten Hautstübchen weggenommen hat. Aber habe ich sehr gerne genutzt. Werde ich weiter austesten, bis es leer ist und dann gebe ich euch da auf jeden Fall ein Feedback. Auch für euch. Schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare eure liebsten DM-Produkte. Dann kann ich wirklich nochmal zu DM gehen. Jetzt, wo wir umziehen, ist der DM fußläufig und Rossmann ist, ich glaube, 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Das heißt, dass ich auch meinen Content so ein bisschen abändern muss, weil ich natürlich nicht jedes Mal eine halbe Stunde mit dem Auto durch die Gegend fahren möchte. Und DM hat ja auch wirklich gute Produkte. Hier bin ich gespannt. Das könnte mich sehr, sehr verärgern. Das ist Softlan Ultra Traumfrisch. Das ist der einzige Weichspüler, den ich benutze. Nichts anderes. Der riecht am besten. Den benutzt meine Mutter, seitdem ich denken kann. Und ich weiß nicht, ich finde das immer ganz schön, wenn man so Düfte hat, die man aus seiner Kindheit noch kennt und die dann ins Erwachsenenalter mit reingebt und das dann vielleicht an seine Kinder weitergeben kann. Das ist die große Flasche. 1,3 Liter. Ab und zu gab es die auch mal in einem Liter. Da war sie aber teurer. Und die ist jetzt neu verbesserte Formel. Der Duft ist jetzt erstmal gleich. Ich bin auch nicht so ein Freund von Weichspüle, damit die Wäsche weich ist. Ich mache das meistens eigentlich wegen des Duftes mit rein. Ja, bin ich gespannt. Ist nicht so teuer. Lieben wir. Und das möchte ich tatsächlich, das habe ich mir vorgenommen. Vielleicht habt ihr, vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie, wo ich sowas herbekomme. Ich möchte in dem, also in meinem Bad und im Haus, ihr werdet es bald sehen, wenn wir die Haustour gemacht haben, in meinem Bad unten im Giacomo Cosmetics Headquarter, sagen wir so, ja Maximum, im unteren YouTube Beauty Bereich, ist die Waschmaschine und der Trockner ist im Bad. Und ich möchte, dass das Ganze schön aussieht und wollte mir die ganzen Waschmittel in so schöne Gläser packen und auch die Weichspüler und Flüssigwaschmittel in so, ja, wie so Getränkehalter, wie heißt das, so eine Bowle, wo man eine Bowle reinmacht machen. Falls ihr sowas irgendwo schon mal gesehen habt, schreibt es mir unbedingt. Dann habe ich mitgenommen von Alverde das Mundziehöl. Falls ihr mir schon seit, ja, vier Jahren jetzt folgt, es gab von Elixier mal so eine Mundziehreihe. Ich habe die damals bekommen. Die sind jetzt, letztes Jahr, glaube ich, sogar bei der Hülle der Löwen gewesen und ich habe die Sachen sehr, sehr gerne benutzt. Das ist eine ayurvedische Methode, den Körper zu entgiften. Man packt dieses Öl in den Mund und hat das dann 15, 20 Minuten und macht dann so. Das soll wohl die Giftstoffe aus dem Blut ziehen. Ich mache es meistens tatsächlich, weil es einfach wirklich gut für die Zahnflora ist und du danach so ein sehr sauberes Gefühl hast. 15, 20 Minuten ist schon eine Menge und dieses Elixier ist recht teuer. Das war auch teuer. Ich glaube fast 5 Euro, aber das hat ein Minz-Aroba aus kontrolliert biologischem Anbau. Sonnenblumenöl und Sesamöl. Wir probieren es aus, wenn ich in, weiß nicht, das hält bestimmt 2, 3 Wochen, danach aussehe wie 16. Dann wisst ihr, es war das Munz-Ziöl. Nein, weiß ich nicht. Ich finde, im Sommer habe ich mehr Lust und Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen, so ein bisschen auf meine körperliche Gesundheit, auf mein Wohlbefinden und ich glaube an sowas. Und ich glaube, wenn man an sowas glaubt, dann wirkt sowas auch und wenn man an sowas nicht glaubt, dann wirkt es halt nicht. Placebo-Effekt. Hier bin ich sehr gespannt. Die blauen Helden. Habe ich noch nie was gehört? Ich hätte... Oh, nee. Barbara Schöneberger ist mit drauf. Hätte ich das gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Weil Make-up ist nicht für Männer. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Das ist sowas wie Everdrop, glaube ich. Nee, nicht Everdrop. Ist ja egal. Dieses Instagram-Waschmittel. Das ist eine Flasche und da ist so ein Tab mit dabei. Und du kaufst nur diese Tabs nach, machst Wasser rein und hast dann deinen Reiniger. Gibt es in Badreiniger und in Glasreiniger. Ich habe jetzt hier einmal dieses Starter-Set gekauft und wollte das mal ausprobieren. Ich finde, dass es... Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich mit dem Job, den ich mache, schon so viel Müll produziere, dass ich dann probiere, in meiner Realität ganz, ganz massiv darauf zu achten, ganz viel zu trennen und ganz wenig Plastik irgendwie zu erzeugen. Und auch bei Giacomo ist ja nichts zusätzlich in Plastik verpackt. Das Einzige, was Plastik ist, ist vielleicht bei den Lashes diese Einlege-Ding, weil es da einfach noch keine andere vernünftige Möglichkeit für gibt. Das ist aber made in Germany, biologisch abbaubar und eine 100% recycelte Flasche. Finde ich spannend. Bin ich gespannt. Ach hier, Spülschaum, Glas, Altsberg und Badreiniger. Wir probieren es aus. Falls ihr die blauen Helden schon mal gesehen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Von Gliscour, die Limited Edition Summer Repair Express Repair Spülung mit sommerlichem Duft. Sommerstrapaziertes Haar durch Sonne, Strand und Pool. Ich werde dieses Jahr weder in den Strand noch in den Pool. Na, vielleicht. Und in die Sonne wahrscheinlich auch nicht. Das ist so eine Kugel, die hat so zwei verschiedene Phasen. Uh, das riecht, uh, das riecht sehr, 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 sehr gut. Soll man nicht ausspülen, soll man schütteln, entschützt vor Farbverblassen, repariert und regeneriert Sommerstrapaziertes Haar für sonnengeküsstes Haar. Ähm, wir probieren es aus. Ich kaufe so etwas meistens tatsächlich für den Geruch. Meistens, also, anders. Ich probiere in meinem Alltag, so wenig mir die Haare zu waschen wie möglich. Es funktioniert aber nicht. Und deswegen trage ich dann meistens immer Mütze. Weil ich natürlich extrem viele Styling-Produkte drin habe. Und meistens sprühe ich dann abends, nach einem langen Tag, einfach so ein Zeug rein. Lass das wirklich, wirklich drin, dass das so ein bisschen in die Haare kommt und ich das Gefühl habe, dass sie wenigstens gut riechen. Ähm, probieren wir aus. Werde ich euch ein Update dazu geben. Dieses Produkt, äh, ist so ein bisschen untergegangen, glaube ich, aus Social Media. Da bin ich aber sehr gespannt, wie das funktioniert. L'Oreal Age Perfect, straffender Make-Up-Bahn. Spoiler-Alarm, ich trage ihn gerade und ich muss sagen, iconic, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ähm, verfeinert das Hautbild. Packaging ist ein bisschen billig. Fällt mir jetzt gerade auf, habe ich in meiner Review nicht gesagt. Ähm, weil das wirklich nur der klassische Glastiegel ist und dann den Aufkleber rauf. Aber, mag ich sehr gerne. Vielleicht ist das Video selber schon online gegangen, dann verlinke ich es euch einmal hier oder schaut im Kanal vorbei, da findet ihr das dann. Aber eine neue Foundation aus der Drogerie. Ein Produkt, was ich noch nachkaufen musste, war die Husk Keratin Oil Smoothing Hair Öl Maske. Das ist krasses Zeug. Das ist sehr, sehr unscheinbar. Man muss es immer so ein bisschen suchen, weil es halt sehr, sehr klein ist. Bei den Haarpflegeprodukten, ich habe das Gefühl, dass die deutschen Haarpflegemarken immer mehr amerikanisiert sind mit diesen 800ml Bottichen von Haarmaske oder so. Und da geht sowas dann natürlich immer unter. Aber das ist krass. Manchmal mache ich wirklich so einen Tag, da wasche ich mir einmal die Haare und dann knalle ich meine Haare voll mit Zeug. Und danach sind die Haare so glatt und so weich, aber nicht so fizzelig. Ich habe das meiner Mutter gekauft einmal und die hat das geliebt, die Spitzen. Die hat ja sehr lange Haare und blond. Und das sind die Spitzen. Sie hat gesagt, das ist wirklich eines der besten Produkte für die Haare, für lange, trockene Haare. Skincare habe ich auch noch so ein bisschen mitgenommen. Es gab nämlich eine neue Balea Vitamin C Tuchmaske. Antioxidative Wirkung mit Vitamin C und Hyaluron, ebenmäßiges Hautbild, strahlend Atar. Ab und zu mache ich sowas ganz gerne. Ich packe das dann immer in den Kühlschrank und dann fühlt sich das Ganze immer sehr erfrischend an. wie viel es wirklich bringt. Keine Ahnung, aber ich glaube, dass Drogerie diese Masken und diese Eyepatches, die ihr gleich seht, eher ein Gefühl verkaufen, als wirklich einen Einfluss auf die Haut. Weiß ich nicht, ob ich da recht habe. Es fühlt sich für mich zumindest an, aber ich mag es trotzdem gerne. Genauso wie diese Augenpatches, Hydrogel Augenpatches, mit Hyaluron, Magnolen, mit Extrakt und Vitamin E, sind in Rosa und in so einem Glitzer. Die Balea Augenpatches mag ich eigentlich ganz gerne. Fühlen sich gut an, vor allen Dingen, wenn es wirklich heiß ist. Das in den Kühlschrank, aufs Gesicht und dann sind sie geschwollenen Augen weg. Ist sogar vegan. Das hier ist auch vegan. Dann habe ich einen Sonnenschutz mitgenommen von Nivea, denn ich möchte ein paar verschiedene Sonnencremes ausprobieren, und euch dann mal die Liebsten mitgeben. Die hat aber Farbe drin. Das finde ich persönlich ganz spannend. Vor allem, wenn ihr etwas dunklere Haut habt, einen Sonnenschutz zu benutzen, mit Farbe drin, weil ihr sonst diesen wirklich, diesen krassen Whitecast habt. Ich sehe es ganz oft, jetzt geht wieder die Zeit los mit Influencerinnen und Influencern, die Sonnenschutz bewerben und dann wirklich so ein bisschen benutzen und es dann in ihrem gesamten Gesicht verteilen, zu sagen, oh, es hat gar keinen Whitecast im Gesicht. Quatsch. Wenn du genug benutzen würdest, dann hat fast jede Sonnencreme Whitecast, aber mit so einer getönten Creme zumindest ist dieser Whitecast zumindest schon weg. Sofortiger Schutz, getönt, leicht, nicht fettend. BB Cream, passt sich dem Haut schon an, 50 plus UVA, UVB sehr hoch. Bin ich gespannt, keine Ahnung, ob es gut ist. Ich habe da jetzt nicht auf die Inhaltsstoffe geachtet. Ich wollte wirklich einmal gucken, wie ist das Produkt farblich. Ersetzt es vielleicht im Sommer auch eine Foundation? Kann ja auch sein. Probieren wir aus. Und zu guter Letzt habe ich hier noch von Sainz. Das ist auch eine DM-Eigenmarke, eine Crememaske für Herren. Ich habe eigentlich immer ein schlechtes Gefühl gehabt, so Sachen zu zeigen, die für den Mann, für die Frau sind, weil obviously könnt ihr sie natürlich als Damen auch kaufen, genauso wie ich als Make-up-Mann eine Foundation kaufen kann. Heutzutage ist das egal. Aber ich habe mich so ein bisschen persönlich damit auseinandergesetzt und habe für mich entschieden, dass ich das nicht so schlimm finde in der Hinsicht, dass heutzutage sind die Männer, ich veräugere meiner jetzt ganz, ganz stark, sind die Männer bewusster mit sich, gehen bewusster mit sich um. Und ich glaube, dass sie aber noch, sie trauen sich nicht, die Sachen zu kaufen, weil das vielleicht mit Blumen sind oder mit Glitzer und was weiß ich. Das ist ein ganz anderes Problem für sich. Warum ist das ein Problem? Aber wenn sich ein Mann etwas kaufen möchte, um sich etwas Gutes zu tun und er sich nicht traut, wenn da Blumen drauf sind und er die most boring Verpackung überhaupt kaufen kann, weiß, mit Creme-Maske, Hyaluron, aber er es dann trotzdem kauft, damit er sich was Gutes tut, amazing. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde das nicht so schlimm und außerdem sehen die Sachen, Designs, Produkte sehr, 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 sehr schön aus. Super, super clean. Manche sagen langweilig, manche sagen clean. Probieren wir aus, auch die im Kühlschrank und dann haben wir was Schönes, die ihr macht für unsere Haut. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Haul sagt. Schreibt mir gerne eure aktuellen DM-Favoriten in die Kommentare. Ich freue mich tatsächlich, gleich mal das Bad zu putzen mit dem blauen Wunder, blaue Helden und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und ich würde vorschlagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.